Es geht weiter. Metal Gear Solid 5. Schwierig. Schwierig. Ein Sandstrom hat mir gerade mal den Arsch gerettet, indem ich fliehen konnte vor den ganzen monstruösen Gegnern, die hier sind. Aber, mir war nicht bewusst, hier ist eine Tür, da ist eine Code-Karte, die nötig ist. Mal ein bisschen Info. Ah, okay. Eine Code-Karte, aber ich muss mich irgendwo verschanzen. Ein bisschen nicht mehr nach mir suchen. Hier hinten zum Beispiel. Mensch, wenn ich mich nicht gesehen hätte, wäre der Sandstrom ein bisschen früher gekommen. Alles klar, ich dachte schon, ich muss jetzt eine Code-Karte irgendwo rausholen, von der nie die Rede vorher war. Dass man das anstellen kann. Aber, wenn die einmal ihre Suche abgebrochen hat, ich habe doch Glück, dass sie von der hinteren Seite hier, obwohl, naja, es kann sein, dass sie hier hinten auch patrouillieren, aber... Aber wegen des Notfalls alle nach vorne gelaufen sind. Also, ich glaube, wir werden fein raus sein, wenn wir... Wenn sie einmal aufgehört haben mit der Suche. Das ist noch relativ weit weg von mir. Da können natürlich ein paar andere Spacken sein, die ich nicht markiert habe. Da ist einer. KMP, das ist ZOE4. Nichts ZOE4. Nichts ZOE4. Analyse complete. LKP, понял. Putin bereit ist. KONIEZ, ZOE4. KONIEZ, ZOE4. Das ist immer noch rot, ne? Ja. Immer noch rot über der Tür. Analyse complete. Wo läuft der denn lang, ey? Gehren sie zurück an ihre Posten, oder wie? Ganz flach auf dem Boden. Ganz flach auf dem Boden, Big Boss. Ganz flach. Jetzt ist immer noch rot da drüber. Wir dürfen gerne auch... Alert Status vorbei. Da sag ich mir doch ein bisschen was entgegen, Leute. Sag doch mal gleich durch. Mitternacht. Da kann man einmal auch mal... alle fünf gerade sein lassen. Irgendwelche, die ich übersehen haben könnte. Hoffentlich nicht. Oh, Hirschika. Ja, hier aussieht auch hier. Ich liege in einem Busch. Die ich hoffentlich nicht gesehen werde. Bei Entering Alert Status haben sie gesagt. Hier noch nicht durch, ne? Kannst mal probieren. Sonst wäre es ja nicht so rot. Das ist Mitternacht. Immerhin, das ist das Gute. Das Nicht. Ähm, die Sonne gleich aufgeht. Da bin ich komplett gearscht drin. Oh, what the hell? Was ist denn das? Alter. Da bin ich... In deinem Busch zurück. In den Busch. Komm, hier ist doch niemand gewesen. Das war ein kleiner Sandsturm. Da sind ein paar Kugeln gefallen. Kann passieren. Da war jemand einfach ein bisschen zu vorschnell. Da war einer. Da war einer runtergelaufen. Ja. Da ist nur so, ich dreide. Das ist dein Wunsch. Wenn du dein Wunsch schaffst, kannst du in den Abenteilen gehen. Ja, das war ein kleiner Kugeln. Ja. Ich weiß nicht. Wunsch. Ich weiß nicht. Da bin ich gerade. Ich weiß nicht. Du bist. Kann ich denn irgendwo den Alert Service sehen? Oh, da mache ich ein bisschen Missions-Scheiße hier. So lange es dauert. Eine kann ich noch. Hier Minuten kann ich noch. Staff Recruitment, B2E. Kann ich noch dazuholen. Ein bisschen Tapes. Sonst anhören gleich. Blueprints könnte ich hier auch rausholen, aber ich will eigentlich Emmerich haben. Währenddessen mache ich meine Buchhaltung ein wenig. Guck mal, das habe ich gesagt. Hideo Kojima. Also der Hideo, den man bei Ground Zeroes befreit hat, in einer der Missionen. Das war eine der Bonus-Missionen, die man machen konnte, dass man Kojima da befreit hat, der Hideo. Der ist wieder zurückgekommen. Ist jetzt Mitglied meiner Party. So. Rearrange. Development, 19 Sachen kann ich developen. Oh, ein besseres In-Scope. Das machen wir. Ah, weil ich R&D und... Okay, ich kann bis A++ machen. 18 Minuten dauert das. Ah. Schade. Leider nicht mehr genug Geld, aber das In-Scope ist natürlich super cool, dass ich da ein besseres holen kann. Irgendwann mal den guten Battle-Dress. Was fehlt mir dazu? Der Electro-Spinning-Specialist. Habe ich immer noch keinen gefunden. Materials-Engineer habe ich mittlerweile. Jetzt kann es ja jetzt nicht sein, dass die immer noch auf Alert-Status sind, ne? You have arrived at your destination. Das gibt's doch nicht. Ihr habt's doch auch gehört, was er gesagt hat, ne? Ah, sollte ich vielleicht... Ich kann ja mal checken, ob die noch im Alert-Status sind, wenn ich eine Zigarette rauchen kann. So. Eigentlich nicht, ne? So. Dieses Tag. Ihr hättet diese Zigarette nicht rauchen können. Ne, da muss was im Argen sein. Da muss was im Argen sein. Das ist doch das Gebäude. Da stehe ich die ganze Zeit hier am falschen Gebäude. So. Nehmen wir mal ein bisschen Zigarette, bis es dunkel ist. Das ist das Gebäude, ja. Ah, könnte es sein. Dass es einen anderen Eingang als die normalen hier gibt. Das ist aber... Aber auch Camp Alert Level low. Dass da überhaupt ein Alert Level da ist. Müsste ich da etwa alle umbringen erstmal. Schmeckt mir überhaupt nicht. Ist es überhaupt, dass da der Alert Level runtergeht? Dass er komplett runtergehen kann, wenn man in der Basis noch ist? Oder dass die immer auf... auf Low Alert bleiben? Komm, wir deployen mit. Da war gerade eins fertig, ne? Bei Staff Recruitment, dass wir 3% Predicted Losses haben. Willst du mit uns mitmachen? Ja, nein, vielleicht. Stirb. Kann man denn dabei abkratzen? Die Schrauber fliegt da nicht mal. Wenn es nur einer wäre. Mal. Dann f 유 вами das Auto. Dann fangst du ja mal. Pass ich dir die Masse in den nächsten Teams? Das ist ein technischer niederläufig. Kommst du? Das ist ein разработer�atmuster. Jetzt ist er Auto, ich bin. Roboter? Er sind nicht so. Die Mörskonferen. Das sind keine so. Hat er noch besser. Ich hab' ihn von. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Was du so lange brauchst, um sie zu schleppen? Die Rückseite blieb wohl immer zu. Hey! Wo musst du denn die Pistole raus, Big Boss? Die habe ich doch gar nicht. Nein. Sag nicht. Sag nicht. Hä? Was? Es ist nur eine Maschine. Oh, der Korn. Oh nein, die Beine gekappt. Lass mich weg! Nein! Gib mir meine Leger zurück! Gib mir zurück, mein Son. Jetzt bringe ihn zurück in Mother Base. Extraction arrived at Mother Base. Okay, ich sende einen Chopper close by. Get to the LZ with Emmerich. Hör auf einen Moment. Lass uns das Walker-Gear benutzen, um es zu verabschieden. Und es gibt einen speziellen hier im Lab. Nur ich kann es aktivieren. Und ich erzähle dir, wie zu operieren. Ein paar Fotos. Doch, doch, ich will es machen. Hey, Miller ist immer sehr ablehnend, aber Ocelot sagt, alles kein Problem, mach mal. Arm with Quiet, benutzt den Walker. Der betrügerische Ocelot. Hä? Ich dachte, am Anfang ist das jetzt die Stimme von Eva, oder so. Hier in diesem... Jack? Ryden? Also Jack... Rose? Nein, das kann nicht sein. Äh? Muss nicht Rose sein. Irgendwas hier übersehen? Hoffentlich nicht viel. Also... Ähm, ja. Okay. Erstmal runterschmeißen, damit wir ihn rausschmeißen können. Ich will es beginnen. Ich mach das weg, mir! Das ist ein Doppelsitzer. Hier geht's. Ich flieh alleine. Was ist jetzt los? Hä? Das ist ziemlich geil, dass ich das hier gleich machen kann. Äh, was ist mit dem... mit... 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 Protakon. 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 Ah. Landing Zone. Daher muss ich... von der Redeté. Alem... ... ... Das ist B-4. Das ist B-4. Wir auf der L-Doll. Das ist B-5. L-D-1. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Metal Gear Das ist ja You and your friend will die here Behold, today is the day weapons learn to walk upright Uh, uh, holy shit Das ist nicht euer Ernst, oder? Äh Okay Kann ich an dir vorbeilaufen? Metal Gear Oh Gott Oh Gott Don't get away from that thing, it'll bring down the chopper I like to slip so now Stay behind cover as you move Versuch es ja Versuch es ja Oh, ich versuch es ja Alternative Landing Zone Oh Gott Jetzt stehe ich mitten in der Straße Gott, da ist es Komm, komm, komm Holy fuck Oh, ich laufe Hm Woh Ich habe noch einen Fall-1 gesehen, ich habe noch einen Fall-1 gesehen. Nein. Frage ist, ob er mich immer noch im Visier hat. Oder ob das jetzt schon so Gewürge ist. Holy shit. Ich habe gerade Werbung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gehört. Ich glaube tatsächlich Werbung gehört. Ja, dann gehen wir kurz in die Werbung und hoffentlich können wir Metal Gear entfliehen, wenn wir gleich wieder zurück sind. Alter, ist das knapp. Oh, ich muss eine andere Leitling so finden. Bis gleich. Ich hoffe ich. Bis gleich. Vielen Dank.